Gut, ja, hier waren wir stehen geblieben bei Tiny Tiger. Äh, ne, das ist der ganz neue Raum. Nein, nein, das ist nüt. Wir sind nur noch hochgefahren. Aber wir hatten dann... wir hatten nicht gespeichert oben. Ach so. Ah, okay. Äh, hoch. Weeeee. Hey, Lukas. Hey. So. Ah, jetzt. Möchtest du anfangen, oder? Oh nein, guck dir das mal an. Hanging out. Das sieht aber nach so einem Röhrenlevel aus. Ich glaube, da kletterst du eher viel. Kann sein. Lass mich anfangen. Hallo, Dr. Kingdom. Hey. So weit geht's. Ziemlich gut. Kalter Hammer. Wir haben sogar mal ne richtige Öko-Fressplatte anstatt alles mit Süßkram voll geballert hier. Ausnahmsweise mal. Oh, das tut mir jetzt leid, dass ich was von Fressplatte gesagt hab. Oh, bist du Paprika? Ey, das ist mein. Wir haben zwei Farben da. Wirst du vor einer abgeben können. Willst du in das Level Behaving rein? Ja. Aha. Warum hast du was gegen? Nein, das ist ein lustiger Wortwirt. Sieht schon mal gefährlicher aus. Das ist nur ein bisschen Lava. Oh. Ah. Ich bleib hier. Perfekt. Perfekt gelöst. Jawoll. Das ist ein Schwachmat. Seid ernst? Wir sind aus Mario geklaut. Oh mein. Was? Was hast du getan? Ähm. Ähm. Ich bin verwirrt. Seit dann können wir das. Ich hab keine Ahnung. Ich bin nur gesprungen. Oh, das hab ich toll gemacht. Guck dir das mal an. Haben wir mit dem letzten Leben gespeichert gehabt? Im kleinen Indian. Oh mein Gott. Ah. Uns geht's gut soweit. Ist das Start. Ich hoff dir auch, Lukas. Wir haben wenigstens keinen Hunger. Ich zumindest nicht. Ich auch nicht. Oh, Banane. Mhm. Pass auf, könnte sauer sein. Warum? Damit sie nicht braun wird. Ich war grad voll irritiert. Warum schmeckt die so seltsam? Weil da Limetten-Ding drauf ist. Limetten-Saft, damit sie nicht braun wird. Aber das schmeckt doch dann eigentlich nach Banane. Klar schmeckt das nach Banane. Wie hast du das eigentlich eben gemacht? Ich bin nur gesprungen. Genau. Okay. Ich weiß nicht. Versuch mal, damit unter die Blume zu krabbeln. Vielleicht musst du sie entwurzeln, wenn sie so aussieht. Ja, du musst sie, glaub ich, entwurzeln. Aber... Dafür ist das, glaub ich, gemacht. Schau mal noch mal rein. Ich glaub, du musst sie entwurzeln. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab. Du musst springen und dann... Weißt du? Ja. Ich zeig dir das. Ja. Ah, guck mal. Ich hab einen Grabstein. Oh, das machen wir toll. Wirklich. Ich zeig dir das. Merk mal, dass wir eine Woche nicht gespielt haben. Oh ja. Ja. Echt? Cool, dass du den auf 100% hast. Wieso geht... Okay. Ah. Also auf dem Boden können wir uns mit dem Wirbeln, äh, mit Quadrat können wir uns da einbuddeln. Mhm. Hast du lange gebraucht, um das auf 100% zu kriegen? Was? 100%? Ja, er spielt das Originale. Oh, okay. Und hat den ersten Waffe auf 100%. Okay. Was war das? Das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich wirbeln. Hast du den Oberducker verloren? Vielleicht. Was ist das? Deswegen heißt das Behave. Okay. Die haben die Kisten kaputt geballert. Ich glaub, du musst da auch wieder einen Boden für, oder? Was hat er denn... Ach, du bist tot? Okay. Okay. Na gut. Ja, das fängt ja schon mal echt toll an. Hab ich mir mal den besten Raum ausgesprochen. Oh, geh doch weg jetzt! Ja, mach ich den tot! Ja! Ja, Mann! Ah, das Game ist schon tricky mit den ganzen versteckten Kristallen hier. Hä? Nur Quadrat! Nur Quadrat? Oh! Okay. Ah! Ist das dann ernst? Game over? Äh, nein, wir haben noch eins, glaub ich. Du musst von unten drunter hochwirbeln. Hab ich gemacht? Also hochwirbeln. Ich bin einfach nur mit x hochgetaucht. Du kannst dann immer noch unten drunter bleiben, siehst du? Ja, okay. Ah ja. Ist auch schon mal gut, dass wir schon wieder so abfällen. Das sieht aus wie Mario ein bisschen, der Typ mit dem Hammer. Ich ignoriere die da jetzt einfach mal. Ja, mach das mal. Oh! Das sind die Äpfel. Die Äpfel sollst du nicht ignorieren. Aber warum? Scheiße! Was machst du denn? Warte, ich muss was testen. Ah! Ah, wie mach ich nochmal den Platscher? Du brauchst Platscher? Äh... Musst du ausprobieren. Ich weiß es nicht. Was tust du? Zu spät! Ich hab auf deine Hilfe gevertraut. Ah! Dass du weißt, wie das geht. Du hast es eben nämlich 20 mal gemacht. Ja, ist immer dieser Skill auf jeden Fall war Handenspruch, ne? Dann haben sie alle Heady geklaut. Naja. Gut, dass der nicht da ist. Noch nicht. Unser Hater. Er ist bestimmt schon da, wir wissen es noch nicht. Oh man. Hatten wir etwa ein Game Over? Nee. Ich dachte schon. Das hängt mir so krass nach, dass das noch vom vorherigen Game Over ist. Ach so. Komm, jetzt schaffen wir. Aber es kann doch nicht sein, dass wir auf die ersten 5 Meter hier voll abkacken. Geh weg. Und eben hab ich auch gemeint, wir waren letztes Mal so gut. Wir sollten einfach die ganzen Gegner hier ignorieren und weiter machen. Okay, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Ich wollte es auch probieren, aber ich dachte wir würden sterben. Ja. Wir haben es auch wieder mal gelassen. Geh weg! Ah! Okay. Okay. Nein, geh da raus. Komm raus da. Ah, Internetprobleme sind wirklich scheiße. Wir hatten da auch schon... Okay, lauf! Das geht nicht. Wir hatten da in letzter Zeit auch ein paar Probleme jeweils. Also, das ist... Obwohl ich mit Kabel Deutschland nie Probleme hatte. Mit Kabel Deutschland? Kabel Deutschland, ja. Ich hatte mit Unit Media nie Probleme. Oh mein Gott! Lauf schneller, die kriegen dich! Du musst doch... Ich hab mich einbuddeln sollen, glaube ich. Verdammt! Du kannst die nicht wegreden. Wir sind ein bisschen schneller. Warte, wir können doch noch rutschen. Können wir die Dämme vielleicht kaputtrutschen? Kann sein! Egal. Mich interessiert es jetzt nicht mehr. Jetzt wird es ja langsam richtig... Schwieriger. Ich mach das jetzt... Ich mach das jetzt ordentlich. Okay, mach das mal ordentlich. Das war nicht ordentlich. Wieso? Er ist tot. Das war unnötig. Ich konnte nichts tun. Ach so! Ich lass die liegen. Ich muss die weg. Ah, die armen Äpfel! Doktor! Oh, komm schon! Ja, so entkommst du die natürlich auch, ne? Das war geplant. Mhm. Hallo? Mhm. Voll geplant. Hätte ich auch so geregelt, wenn ich gekonnt hätte. Da! Elegant. Ich bin immer elegant. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Lady. Oh man, jetzt unterbricht dir sogar den Stream. Jetzt hab ich... Mann, das ist ja wohl scheiße hier. Was? Sein Internet spackt die ganze Zeit ab. Das ist mies. Hatten wir ja letztens auch. Ja, davon hab ich kurz nie erzählt. Ja, das dachte ich mir auch, als ich es gesagt hab. Schmeller! Ah, die taucht erst auf, wenn man in der Nähe war. Und einbuddeln! Ah, kann man die Falle jetzt schon unten kaputt machen? Nö. Nö, aber so sehen sie eigentlich. Die Bohlen ganz schön. Haha, ich verarsch die Bienen. Sehr geil! Checkpoint! Ja, unser erster Checkpoint! Ich buddel mich ja wieder ein hier. Hier geht's nicht mehr, scheiße. Wie? Wie krieg ich? Okay, hab's rausgekommen. Oha! Schreien! Links! Oh Gott! Okay. Äh, baldig? Oh, buddeln! Nein, ich kann mich hier nicht einbuddeln! Doch! Doch, okay, hier geht's wieder. Alles klar! Aber du kannst, glaub ich, nicht unter den Kästen drunter durch, oder? Was so? Ich glaub nicht. Unter denen hier, ja. Nein, du kannst nicht unten drunter durch, glaub ich. Dann mach ich die Katze. Wir haben sogar eine Katze als Zuschauer, ne? Was, eine Katze? Ja, wir haben eine Katze als Zuschauer. Ist das eine Katze? Ja! Serious, wie heißt sie denn? Weiß ich nicht. Was? Weiß ich ihm einfach raus. Finde ich nicht gut. Oh oh! Lauf, lauf, lauf! Man kann sich hier nicht einbuddeln! Nein! Aber... Oh, das ist... Ah! Ich wusste, dass da noch mehr kommt. Ah! Kitty, oh wie süß! Bella, was ist denn das da? Ich hoffe, er ist nicht pink. Mann, ich hasse es, wenn er einfach stehen bleibt nach dem Rutschen. Ja, dann... Keine Ahnung. Ich hab nur ganz kurz gedrückt. Mann, gut... Oh, diese... Ich hab noch nie so abgrundtief nervige Gegner im Spiel gesehen. Es war Game Over, ne? Was nimmst du auch das schlimmste Level, das wir nehmen könnten? Mann, das hat sich süß angehört, okay? Mhm. Es hat sich niedlich angehört. Mhm. Die Bienen sind echt total süß. Ich musste an diesen Film denken. Bee Movie, oder wie der heißt. Oh, ja. Hey, der war süß. Dann hab ich damals im Kino gesehen. Ich will jetzt immer noch Ants gucken. Ants? 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 Ants. Und? Ich will auch eine Banane. Friss dir alle Bananen weg hier. Oh, die sind verklitschig. Wow. Ich find sie lecker. Ich darf hier nicht mal was essen. Komm jetzt, mach das selber. Okay. Ja, ich bin auch ein Hundefan. Hunde sind echt toll. Aber ich hab leider noch keinen. Warum buddelst du dich ein, Mann? Sobald du die Eck drückst, buddel der sich ein. Ja, ich wollte aber nicht. Ich wollte nur die Kisten prüfen lassen. Dem Boot zumindest. Oh, dieser Hammerkerl. So gefährlich, der Typ. Hey, er hat dich schon mal getötet. Stimmt, einmal habe ich erwischt. Schnellbottel dich ein. Die hauen ab bei einem Loch, kann das sein? Ja, die verfolgen dich nur in einem bestimmten Bereich. Ja, ne? Hör schon. Checkpoint. Sind Beuteldachse gute Gräber? Weiß ich nicht. Ich will ein Meerschweinchen. Du sagst, du willst ein Meerschweinchen haben. Ich bin Meerschweinchen relativ langweilig. Verdammt. Ey, du hast ein Leben ge... War das vorhin auch schon da? Ja. Habe ich das übersehen? Ja. Warum sagst du nicht? Ich habe vergessen, ein Zubudeln. Los, geh die Äpfel holen. Du kannst sie auch in Buddel-Modus aufstammen. Die Äpfel sind wichtig. Boah, cool. Ja, ne? Es sind immer noch Bumpafrüchte. Entschuldigung, wir haben eine Woche nicht gespielt. Das erwartest du. Ich wollte gerade sagen, da spielt man eine Woche nicht und dann... No, ja, Gekos sind auch süß. Die brauchen aber, glaube ich, relativ anspruchsvolles Gehege, sage ich jetzt mal. Oh, gut, dass du das nicht gesehen hast. Was denn? Nix. Hast du Obadoa verloren? Vielleicht. Ich habe es gehört. Was tust du? Okay. Den darf man nicht berühren. Geh aus, geh aus, geh aus. Oh, fuck. Das ist ja wies. Okay. Oh, der zweite Checkpoint war mir da schon. Nee, ne? Ich regle das. Doch, wir waren da schon. Nein, da. Keine Ahnung. Okay. Der ist ja mies. Okay, ich glaube, der kann auch einen auf dem Boden kaputt machen. Deswegen auch der Hammer. Jetzt ergibt der Hammer Sinn. Das ist auch, dass sie dann binden ist. Ja. Und da ist noch so ein Super Mario. Schneller! Okay, das wird ja immer mieserisch. Wow! Pass auf. Ich hatte noch einen Obadooga, glaube ich, oder? Was ist das denn? Okay. Das ist ja irgendwie sinnfrei, aber okay. Ah, da sind Stahlkisten unter und unter, aber wenn man einen Obadooga hat. Okay, wie fährt das Ding? Das sind keine Mondberries. Das sind Wumpa-Früchte. Okay. Und... Hup! So, jetzt schnell hier. Äh. Hö! Wie, du wirst, du wirst dein Fahrrad verkaufen? Warum das denn? Ach, die Nitro-Kisten waren es sicher. Wow! Ja, aber wie soll ich die kaputt machen? Egal. Kommt man vielleicht erst hin, wenn die grünen Kisten kaputt sind. Wow, pass auf! Mann, ich hab gerutscht. Das ist pervers lang wieder, das Level direkt. Das kommt uns nur so vor, weil... Dein Ernst? Er hat genau dahin gespuckt, wo ich hingesprungen bin. Das war gleichzeitig. Das heißt, ich konnte nichts dagegen tun. Nichts mehr. Tja. Ist schon scheiße hier. So ein richtiger Spasti ist das. Ähm. Äh. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Also, ich brauch kein Fahrrad. Versteht man uns eigentlich beide gut? Ich hoffe es zumindest mal. So. Gute Frage. Oh, komm schon! Du wirst wieder gepiekt. Ja, die sind so verdammt schnell. Wir müssen uns konzentrieren. Konzentration. Geh weg! Oh, das geht nicht. Nein. Da! Okay. Komm, bist du sicher? Bleib zurück, bleib zurück. Oh mein Gott. Warum? Ich glaub, man darf die Dinger nicht benutzen. Doch. Ich hab's gerade eben gemacht. Ja? Ja. Da war ich wohl beschäftigt. Was machst du denn? Ich hab nicht aufgepasst. Ich... Ich hab keine Lust auf das Level. Ganz viel Ernst. Guck, wir haben fast ein Leben. Nimm sie! Was zur Hölle! Hä? Ist das dann ernst? Wenn du da stehen bleibst, dann erstmal chillst du. Ich bin nicht stehen geblieben. Wir haben's... Ja, im Internet. Guck hin. Schön, dass du... Ja, schön, dass du uns gehört. Das ist gut. Du musst nur mal Refreshen wahrscheinlich. Refreshen? Ja, weil dein Lappi das nicht lebt. Yay, ich hab uns einen weiteren Try besagt. Das ist schön. Ich hab dich... Huah! Okay, das ist gut, dass die abhauen, sobald man im Loch ist. Nein, 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 nein! Huah! Verdammte! Da war ein Checkkorn aus dem Bonus-Level. Ja. Dein Ernst? Ja. Dein Spaß. Das ist nicht dein Ernst. Wir können auch ein anderes Level spielen, wenn du willst. Nein. Na gut. Hey, der Skill ist antrainierend, ja? Jahrelanges Training. Oh, den Ratten geht's super. Wir waren mit zwei beim Arzt. Ja. Und die haben sich ziemlich gut erholt. Der eine hat ein bisschen Schnupfen. Und sein Auge ist auch wieder viel besser geworden. Hatte ein bisschen Blut im Auge und alles. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen, ja. Und der andere hat halt so eine brutale Stelle, die offen war. Die kriegt er jetzt immer mit Salbe eingerieben. Und ja. Alles gut hier. Soweit. Ja, bis jetzt schon. Sind halt nicht mehr die allerjüngsten. Komm schon. Wie schaffst du es? Auf einmal. Ohne dein Leben zu verlieren. Okay. Versprich es. Ich versprich es. Ich versprich es. Ja. Such dir Bienen auf. Bienen? Bienen. Ach so. Such dir Bienen aufpassen. Eine Ratte habt ihr nur. Wie, nur eine Ratte? Okay. Sein Cousin hat wohl nur eine Ratte. Ich bin eigentlich kein Fan von nur eine Ratte, weil... Ja, ich auch nicht so. Man sollte mindestens... Drei. Drei halten, ja. Man darf keine... Also man sollte keine zwei halten. Man sollte nicht nur zwei halten, ja. Ist da jetzt wieder ein Leben nach dem Game Over? Sieht so aus irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Nö. Okay. Egal. Für Äpfel riskiere ich das nicht. Nö. Ja, Katzen werden relativ alt. Ich mag aber im Vergleich mag ich keine Katzen. Ich habe auch mit jemandem geredet, deren Katze wurde 20 Jahre alt. Die lebt immer noch, die Katze. Hm. War, glaube ich, eine Menge Kuh. Was machst du denn? Alter, da sind Bienen gekommen. Ich wollte wirbeln und habe mich dann eingebuddelt. Das Ding ist gruselig. Ja, und das macht Aua. Ja. Chaos! Ja! Beeilung. Oh Gott! Oh Gott! Ja! Checkpoint! Oh Gott, wir haben einen Checkpoint. Ja. Oh, der Buddelboden. Ah! I'm a dancing queen! Ich war jetzt immer so mit den Beinen hier durch die Gegendfuchtel, meine ich. Ach so, ich dachte wegen den Pirouetten. Ja, quasi. Was ist denn ja Yakuza Zero? So, und du sagst, die explodieren nicht. Sollen wir ihm mal vertrauen? Er hat gesagt, die explodieren nicht? Ja, er hat geschrieben, die explodieren nicht. Okay. Krasse Scheiße. Das muss man erst mal wissen. Okay. Willst du oder soll ich mal? Oh, das ist wirklich mies. Was soll man denn da? Okay. Oh, was ist das? Aha. Ich kann zaubern, die haben den Pilz herbeigezaubert. Ja, ja. Warum? Was tust du? Er hat so aufgehört zu steuern. Oh mein Gott. Und der ist auch noch lila. Wir haben einen wunderschönen... Oh, was ist das? Ah! War das... Was? Okay. Geh weg mit dir. Wo ist nicht dein Gürteltier? Ein Robogürteltier. Oh Gott. Ich war gerade etwas überfordert. Nein, das ist doch nicht wahr. Sein Poppis hat mich angepupst. Ach, das ist ein Spiel? Kenn ich gar nicht. Oh, man hat nur einen Try. Oh. Man hat sogar ein Leben verloren. Aber wir haben dann Diamanten bekommen, oder? Ja, aber wir haben da sogar ein Leben verloren. Ja, nicht so schlimm. Wir haben einen Kristall. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch haben, nachdem wir das verkackt haben. Äh, hoffe ich mal. Sehen wir ja dann, wenn wir das Level endlich mal abschließen. Ich will da nicht nochmal rein. Willst du da nochmal rein? Wir sammeln eh keine Juwelen. Eben. Mit Kistenwarnanstalten. Höh! Oh, das sieht so glücklich aus jetzt nicht mehr. Jetzt sieht es glücklich aus jetzt nicht mehr. Die Kistenjuwelen sammeln wir ja auch nicht. Mhm. So, jetzt kam das, wo es ein bisschen tricky ist. Ah, noch ein Checkpoint. Geil. So. Gehen wir schon weiter? Ich wünsche mir immer noch so einen Balken. Nein, wir sind noch nicht ganz weit. So einen Balken, der Prozentanzeigen-Reimann ist. So, jetzt kommt es drauf an. Oh, diese Stelle ist scheiße. Gut, ja. Gut, wir sind durch. Ah, ich vergesse es jedes Mal. Aus dem Loch kommt. Ja. Ernsthaft? Ja, da musst du re... Nein, dass du weiter rechts schlägst. springen musst. Oder später. Und ich springe immer zu früh. Geh weg. Nein, nein, nein. Oh Gott, das klappt. Boah, geh weg. Nein. Du kannst dich immer kurz vorher noch wirbeln, damit die nicht... Schnell, wirbel, 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 wirbel. Den Fehler mache ich nämlich auch. Einfach wild springen, anstatt irgendwas anderes zu machen. Ja, alle die Spiele sind oft noch die besten, aber ich bin so ein Mensch, ich brauche schöne Grafik, um mein Spiel zu mögen. Ich weiß nicht warum. Komm schon. So. Ja. Ja, wir sind durch. Aber ich weiß nicht, was jetzt kam. Ey, ja. Oh, komm schon. Ja. Das haben wir schon mal aus der Ferne gesehen. Geh weg, du. Mann, diese Bienen sind scheiße. Die sind echt mies. Die zerstören alles. Ach, das ist ein Checkpoint? Oh, cool. Da war vorher kein Checkpoint. Da vorne kommen die nicht hin. Schreibe ich nicht an. Das ist ein Mitleids-Checkpoint. Ha, guck. Gut gemacht. Oh, alles von Hadidro. Äh. 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 Das ist ja gemein hier. Nein, ich habe keinen solchen Bullshit. Was denn? Ein Fidget-Spinner. Was ist das denn? Ach, das sind diese komischen Drehdinger auf dem Finger, weißt du noch? Oh, oh Gott, ja. Das ist ja... Voll der Schwa... Entschuldigung. Schwachsinnig, überflüssig, sinnlos und bescheuert. Das ist sowas wie ein Beyblade für den Finger, damit sich jeder cool fühlen kann. Beyblade ist von nächstens cool, da konntest du gegen andere antreten. Ja. Aber das, da kannst du ja wohl kaum. Das funktioniert ja nicht. Das ist einfach nur Geldmacherei. Oh, ist das denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Guck dir mal die ganze Bumbafrüchte an, die ich gesammelt hatte. Ich bin mir sicher, dass du einen hast. Oh mein Gott. Dieses 3D ist gemein. Echt, in der Klasse hat jeder einen. Oh Gott, das ist ja echt mies. Das ist so richtige Story, aber Spielzeug für Dummies. Ich hoffe, von euch hat keiner einen. Ja, das ist ein Spielzeug für Menschen, die ADHS haben. Wäre deine Meinung dann anders, wenn jemand einen hätte? Nein, aber vielleicht fühlt er sich dann angegriffen. Sollte doch, die Linger sind für Dumme. So. Ja, das ist mal dieser Kuppenzong. Oh, das ist cool, Leute. Das müsst ihr euch alle holen, sonst mag ich euch nicht mehr. Hallo, Soul of Akia. Spricht mir das so aus? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wieso haben wir uns vielen... Oh. Was denn? Es geht noch weiter. Ah, das ist doch gar nicht zu Ende. Das ist zu Ende, ja. Das ist zu Ende. Vielleicht sprengen wir die Kisten noch. Hi. Oh. Speed. Ja, gib mir Speed. Also. Pass auf. Oh, ich hab gewirbelt. Ich meinte Geschwindigkeit, nichts anderes. Und ich glaube, du meintest, der sieht aus wie Mario, der sieht aus wie Warluigi. Ja, aber von den Klamotten her, wir mehr wie Mario. Von dem Schnurrbart und so. Hallo, komm raus, Crash. Crash, hallo? Äh. Crash? Hallo? Kriegst du nicht mehr raus, gebuddelt? Nein. Soll ich mir eine Schaufel holen gehen? Ich krieg den nicht mehr raus, ernsthaft. Oh, gut. Wow. Oh, mein Gott. Das war fast ein Bosskampf, das war. Ja, ich hab das sonst nur ins Loch hüpfen können. Links, halt ich, links, halt ich, links. Ja. Achtung, da kommt der. Ja. Okay, alles gut. Die haben dich gerade ein Stück weiter verfolgt, oder? Ja, das hat mich auch etwas irritiert. Dusche wieder. Geh weg. Geh weg. Lauf, lauf. Geh, buddelt dich ein, buddelt dich ein. Äh, wie ist denn? Wurm, vor der Äpfel. Wenn du jetzt rauskommst, kommen wieder Bienen, ne? Ja? Ja, ich bin da eben am Loch. Oh Gott. Oh ja, oh ja, oh ja. Uh, wir haben das Level, glaub ich, geschafft. Weg hier. Nicht in den Lava fallen. Oh mein Gott, sind wir geil. Oh, sind wir so gut. Unser erstes 100% Level. Ja. Und unser. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020